Sie quellen sich immer noch auf Knien beim Bodenreinigen? Sie brauchen endlos Zeit, um Ihr komplettes Haus sauber zu bekommen? Und Sie kaufen immer noch, Jahr für Jahr, einen chemischen Reiniger nach dem anderen? Schluss damit! Denn ab heute reinigen Sie nicht mehr, Sie lassen reinigen. Mit der geballten Kraft des Wassers, mit dem genialen H2O Aigo Hybrid Dampfmob. Sein in sich geschlossenes Drucksystem erzeugt Superdampf. Einen effizienten, trockeneren Dampf, der so gut wie jeden Schmutz in Rekordzeit erledigt. Egal ob versiegelte Holzböden, Laminat, Vinyl, Fliesen, Stein oder Garagenböden. H2O schafft alles. Und die Sensation? H2O Aigo ist ein Hybridgerät. Sie können ihn mit Kabel verwenden oder Sie ziehen den Stecker und verwenden ihn ganz bequem ohne Kabel. Genau das macht H2O Aigo weltweit einzigartig. Diese bahnbrechende Technologie sorgt dafür, dass Sie mit Kabel bis zu 80 Minuten lang durchgehend Dampf reinigen können. Und mit dem 1 Liter Wassertank reinigen Sie Ihr komplettes Haus, ohne einmal nachzufüllen. Kabel ausstecken und genießen Sie bis zu 2 Minuten die Freiheit des hybriden Dampfreinigens. Du ziehst einfach den Stecker und er macht weiter. Das ist genial. Seht mal wie er gleitet. Ich komme super leicht unter alle Möbel. Er gleitet sanft über Fliesen, Holzböden und über den Teppich. H2O Aigo reinigt effizienter denn je. Das Geheimnis ist ein geschlossenes Drucksystem, das trockeneren, kraftvollen Superdampf erzeugt, dem absolut kein Schmutz widersteht. Sie reinigen ohne Tropfen oder spritzen in Rekordzeit. Bis zu 99% aller Keime, Batterien und Viren verschwinden und Ihr Boden ist blitzsauber und praktisch trocken. H2O Aigo wird Ihre Bodenreinigung für immer verändern.